komm ja der ist gerade mit einer Waffe zu mir gerannt aber ich habe nicht gehört, dass er was gesagt komm komm jetzt, die Olle ist auch hier du kannst ihn wieder unboxen mit Schlagring nicht nur ich, ja ey, hier fährt einer mit einem LKW weg ja, das scheißegal, hier rechts ey lass das nicht machen, komm ja mann, lass ich dir doch zeig doch mal Eier warte, stell dein Auto sehen, dass man ein Schlagring rausholen kann da haben wir noch mal der kommt Kasten, doch steig aus, steig aus steig aus ja ich muss das Auto aber Gott sei Dank damit ich mir den Schlagring holen kann soll man mit Waffe soll man mit Waffe auf die zielen? nee Max, du zeigst echt keinen Schwanz Null du hast du bist ne was ist so ein Schuss, Skull das ist kein Schuss, Skull natürlich nein, mündlicher Schuss, Skull das hat doch eben selber gesagt jetzt komm na, du gehst ja du hast keine Eier du hast keine Eier ok, Skull geht's hier was machst du warte, warte du sag alle alle die Hände da rum, dass sie überfallen alle die Hände da rum 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 oder ich schieße Waffe einstecken Box die Frau um das ist Kull draußen Abonastik wenn du die Waffe jetzt nicht reinsteckst kriegst du nen Schuss so, bitte die Waffen weg er hat ne Waffen, er hat ne Waffen weg und die Frau auch die Frau bitte auch hat die Frau ne Waffen, wenn ja dann bitte mach die Hände nach rechts einmal den Rucksack schenken so, und jetzt, jetzt steigt ihr alle in den X6 ein Tch, mein Zeck alle in den X6 alle in den X6 man hört dich nicht so alle in den X6 du kriegst den Schuss jetzt besser welche X6 in den schwarzen da rechts und sie mal dann bitte auch hey Max, halt die doch mal was nicht als Fahrer, als Beifahrer hinten einsteigen hallo einsteigen, hinten Max komm doch ich bin alleine mit zwei ja nicht vorne aussteigen aussteigen so, genau hinten einsteigen bitte hinten einsteigen die Dame kann vorne einsteigen da die Dame wir bringen die zusammen okay? hallo jaja ok ich steig auf wo ist die Olle? alle aussteigen los die haben die haben die einen anderen Gamecrash nein ich hab die getötet ja legt euch nicht mit dem White Tiger an klar guck mal die Olle ist ey die hast du hast du auch einen getötet? der eine hatte nein der eine der eine wir müssen auf den einen warten der hat den äh extra crash ich will den hinrichten und du? ja ich auch keiner legt dich mit dem White Tiger an ich will den und würde ich auch eine information keiner legt dich mit den White Tiger an wir haben dich dreimal gewarnt nicht schießen das ist auch mal ein Grund so wir warten jetzt hat alles hey hey hast du geredet oder ja? ich hab eben geredet aber jetzt gerade nicht ok ich hab durch die Scheibe die ganze Zeit geballert und die Scheibe ist noch ganz guck mal warte mal kurz ich mach kurz was kick den mal da raus warte nein 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 dass wir die sie sehen weißt du ich hab die mal rausgekickt ich hoffe du hast Dings da ah ja ich hab aufgenommen ja ja keiner soll das musst du auch in die Clips packen ja ja oh Digga ich feiere das auch jetzt schon Dinger guck mal Schäfer und dann so eine weiche G-Klatze guck mal wie das aussieht oh Digga das sieht schon krank aus ne so eine weiche G-Klatze schade ne ich hab fast 1,5 Millionen ne ja ihr könnt eurem wenn ihr mit eurem Kollegen jawohl ja funken könnt ihr jetzt nicht mehr ne ich hör auf zu schießen du Idiot ich schieß der grad in die Nüsse ey du musst ich geh mir schon mal einen äh Schutz also Dings da ne ich bin ich mir toll aber Schutz weißt du die haben mich gehütet ach haben die geschossen ey ja ach hat der aus dem Auto rausgeschossen ja welcher von denen plötzlich hat einer geschossen und dann dann haben wir rein da 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 Hände hoch Hände hoch mach die Hände nach oben Hände nach oben Hände nach oben er hat Schlagring tot bist du tot? ja er hat Schlagring ok ich hab's auf 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 auf